Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einem weiteren PQ-Chart-Check. Mein Name ist Sebastian Hoffmann und wir wollen uns die Lufthansa-Aktie heute etwas näher anschauen. Wobei man sich bei den tropischen Temperaturen hierzulande ja fragen muss, wer fliegt da eigentlich noch woanders hin. Nichtsdestotrotz, auf geht's nach Köln. Am Rhein ist es ja auch sehr schön. Aber bevor wir zum Chart kommen, wie immer, der Blick auf die Rechtshinweise. Denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen spiegeln lediglich die Meinung von PrimeCorns wieder. Und Sie wissen es, Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind immer risikobehaftet. Schauen wir auf den Chart. Ja, das ist kein Indikator, sondern das ist der Zickzack-Chart der Lufthansa-Aktie hier im etwas breiteren Zeitraum seit Mitte 2006. Auffällig natürlich der jüngste Anstieg, der vor allen Dingen im Jahr 2017 noch einmal Fahrt aufgenommen hat. Alleine in knapp sechs Monaten konnten wir ja hier 51, sagen wir 52 Prozent an Wert zulegen und uns an die Marke von 19 Euro heranschieben. Dieses Level ist jetzt durchaus interessant, denn wir haben hier einen charttechnischen Widerstand vorliegen, in Form dieser 2006er Abwärtstrend gerade, an die wir nun heranlaufen und die uns zumindestens wohl etwas bremsen dürfte. Schauen wir auf den Trendchart. Ja, auch da zeigen die Trendpfeile klar nach oben. Wir konnten am 17. Januar die 200-Tage-Linie überbieten und seitdem 57 Prozent an Wert zulegen. Holen wir uns einmal den Balkenchart auf dem Bildschirm und gehen etwas ins Detail. Und dann sehen wir jetzt hier noch einmal die Abwärtstrend, gerade die jetzt knapp oberhalb von 19 Euro den Kursverlauf deckeln dürfte. Auf der Unterseite ist als relevante Unterstützung vor allen Dingen der Bereich um 15,40 Euro als Haltezone zu nennen. Etwas überrascht haben mich allerdings die letzten Kursziele der Analysten. Wenn wir uns die einmal dazu holen, dann hat JP Morgan hier ein Kursziel bei 15,50 Euro. Die Dezentbank sieht 15 Euro, die Commerzbank 14 Euro und Goldman Sachs sogar 13,62 Euro. Das ist ja doch alles ein ganz schönes Stück nach unten. Wir hatten alle Einschätzungen auch auf Verkaufen gestuft. Also durchaus vorstellbar, dass die Aktie jetzt nach dem guten Lauf demnächst auch etwas konsolidiert bzw. sogar korrigiert. Also dass wir hier eventuell eine Bewegung nach unten sehen könnten. Nichtsdestotrotz sollten wir hier den Trend fortsetzen. Dann müssten wir jetzt über diesen Abwärtstrend gerade hinauskommen. Dann könnte das noch einmal Long Impulse bedeuten. Ansonsten wäre jetzt damit zu rechnen, dass wir hier einen kleinen Rücksetzer sehen, bis in den Bereich zumindest von 17 Euro. Schauen wir noch einmal auf die Saisonalität, ob wir da eventuell eine Unterstützung bekommen. Ja und tatsächlich, denn heute endet eine kleine saisonale Schwächephase. Denn typischerweise verliert die Lufthansa-Aktie zwischen dem 1. Mai und dem 21. Juni für 6,5% an Wert. Wir sehen es allerdings an der realen Performance, dass der Blick in den statistischen Rückspiegel in diesem Jahr keine Rolle gespielt hat. Denn wir haben seit dem 1. Mai knapp 12% an Wert zugelegt. Nun zeigen die Trendpfeiler ja aus saisonaler Sicht wieder erstmal bis Anfang Juli noch nach oben. Dann könnte man nochmal so damit rechnen, dass es nochmal ein bisschen abbröckselt. Das Jahrestief erwartet man normalerweise im September, dürfte in diesem Jahr auch nicht so sein. Allerdings könnte es durchaus sein, dass wir eventuell ein Zwischentief vielleicht im September ausbilden und dann noch einmal zu einer Jahresschlusskursrallye ansetzen. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und weiterhin erfolgreiche Trades.